ja klar zum Glück ist der leicht der ist nicht leicht das waren da das war der Kaspus ich weiß also das ist einfach da muss man einfach an die Wand gucken und ganz halt nach links und ganzheit schifft halt alter erklär mir das mal jemand da musste dran da musste versuchen dran zu springen sofort Schiff drücken egal wie weit er weg ist Schiff drücken versuchen Gott aber ich springe irgendwie nie wenn du wenn du da abspringt dann musst du Schiff drücken wenn du nicht abspringt welche sagt ich krieg das nicht hin und ich abspringe das ist super sauber er wird voll gut sehen fahrt da fehlt ein Block ich verstehe das nicht her bei nur Hitze leider ey wie geht der ja wir müssen gucken super ja wie hast du den gemacht ich bin nach vorne gesprintet hä ich verstehe das ich drücke Doppel W was und springen und springen sag an sag an komm hä ne also und dann noch ähm links drücken wie heißt es wie heißt es äh Schiff Schiff was Schiff 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 hab ich noch nie was von gehört ja jetzt schon jetzt hast du was davon gehört so hä ach Gott scheiße Alter hast du es geschafft Flo hör nicht ich bin oh Gott wie so wie so fett denn hier oben geht es noch ein bisschen weiter wieso läuft er denn da hoch ich drück gar nicht nach oben ich ist so nein nicht nach oben so wieso läufst du hoch du Bastard du verfickst du nein Nein wie sie läuft er denn immer hoch das ist doch unnötig nein komisch ey hä äh ich glaub ich mach mal kurz Tag wieso läuft er bei dir nicht hoch hä Leute wieso krieg ich das überhaupt geschafft super Checkpoint bei uns backt das rum der läuft immer wieder hoch einfach ohne Grund der läuft einfach hoch zwischendurch immer okay ich komme dann jetzt zu euch und danach machen wir Schluss ne ich werde das nicht mehr schaffen in der Aufnahme glaube ich wir haben noch ein bisschen Zeit drinnen wo seid ihr denn noch am Anfang wer immer wieder rumbackt ja ich habe irgendwie Sprint also Doppel W und dann an wenn ich ja genau da und hier bin ich auf jeden Fall drauf das ist ein Teil das eigentlich einfach passiert das war und Gott ey komm ich hatte Schiff gedrückt ja was soll ich sagen hier backt er immer hoch hier backt er manchmal hoch siehst du ja ja das ist manchmal so das ist bei uns die ganze Zeit hä ich mach mal kurz bei mir das Licht an hä das klappt nicht mehr bei mir so oh Gott wie geht der Sprung hier ich weiß es nicht ich hab keine Ahnung ja du musst nach vorne sprinten und guck dabei nach oben guck ganz halt nach oben einfach guck nicht geradeaus einfach nach oben und nach vorne sprinten und dann schifft halt wenn du die Leiter hast das geht nicht ich kann nicht abspringen ich sprinte nicht ich bin an der Leiter dran ja weiß ich nicht man ist doch an der Leiter wie soll man an der Leiter sprinten ich weiß es nicht René ich hab's irgendwie geschafft ich will nicht wieder was aufgeben na ach komm das war jetzt echt blöd hast du es an die Leiter geschafft ja wie nee Alter das geht nicht du musst zur Seite sprinten und dann ganz schnell umdrehen ne oh Alter das geht nicht bei mir ich schaff das nicht hä aber wieso fällt der denn da runter wenn ich Schiff drücke ernst das geht nicht ach das geht ich hab's keine Ahnung ich hab's einmal geschafft und dann bin ich beim ersten mal durchgekommen oh komm das ist doch jetzt nicht klar ja Leute jetzt mach ich René ist hinter dem Kopf das geht sogar mit einem Eidersprung ich hab's mit einem Doppelsprung gemacht das ist mit einem Eidersprung machbar ja warum ist es ja nicht einmal geschafft glaub ich glaube ich zumindest ich bin ganz dran gewesen super ich bin mir noch nicht ganz sicher es ist doch nicht machbar machbar eigentlich ja schon aber oh Gott immer gleich aufpassen ja nur halt in nur halt in dem falschen Sinne wenn ich da zweimal durchlaufe bist du da einmal durch vorhin war das die ganze Zeit so weil du immer da oben hängen aber sonst kommt nicht mehr auf jeden Fall oh Gott mein Finger mein Finger hat schlapp gemacht Alter machst du den nochmal vor Flo diesen einen Sprung da ja ich hab ja auch nur Glück bei mir ich hasse ich kann den wie denn wie denn sag mal Pazzi Doppelsprung an die Wand ja das geht ja nicht man bleibt ja an der Leiter und da läuft mal runter nein an die Wand guck mal bleib mal na toll guck mal zu René guck mal René so doppel ganz schnell drehen oh hey das war ziemlich elegant in was passiert das muss jetzt auch elegant aussehen ah okay oder komm schon komm 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 passier du hängst jetzt schon du musst jetzt einfach nur noch nach vorne gehen eigentlich und Schiff dabei drücken was da muss man da muss man ein bisschen mit Schiff spielen da war diesen das passiert ja so weit kann dort Leute ich bin durch die Städte durch die Städte die Städte Prozent Loll als H ich bin durch die Stein geglischt also ich bin jetzt gelaufen er kann es ist so unfair ja es wird der Fall aus Verlangen dass du wieder abdacht hast oder was nein alles ist total unfair es ist ich war auf den Stein drauf und bin auf einmal im Stein drin als abgerutscht ein Nein naja was ich einmal schaffe Schavion und zweites mal da jetzt habe ich wieder diesen Glitch dass ich da nach oben gehe das ist wenn du zu weit nach links guckst wenn du zu weit nach rechts guckst ach man er ich komme nicht weit genug ja es ist nicht das Spannende es ist nicht das Spannende jetzt wenn jetzt ist alles noch Formsache solche Sprünge gab es bei dieser einen wo wir voll verzweifelt sind am Anfang nur ja komm jetzt schafft ihr es dann kann ich mit euch eine Etage höher gehen ja ich habe gelegt Nein ich habe einen Bug gehabt und zwar und zwar ich habe zu schnell Blöcken gehangen oh ich vorhin auch okay Pasi jetzt schaffst du es aber geht direkt weiter versuch nicht auf die Blöcke zu gehen geht direkt weiter geht nicht ja dann gehst du auf die Leiter nochmal das ist einfach tut mir leid Rini aber Pasi ist gerade spannender ja ich glaube ich habe aber den oh Gott wir erwarten dich hier oben hat Pasi es geschafft ja er ist jetzt hier oben aber da kommt noch ein Stockwerk danach und danach ist er fertig oder nee halt nee nachdem ist schon fertig aber das ist schon etwas anspruchsvoller hä wieso läuft er denn jetzt hier wieder nach oben wieso läuft er denn da wieder nach oben ja weil da eine Lücke ist nein aber ich laufe ja nicht nach oben ich drücke ja shift und wenn man drückt shift und zur Seite läuft ja dann läuft er nicht nach oben dann darf er eigentlich nicht nach oben laufen sag an ja sorry ne warum sagst du jetzt sorry ja weil er es geschafft hat nee ich meine weil ich nichts dagegen tun kann dass du nach da umgegangen bist oa ja los Pasi jetzt ist es mega einfach ist sie ein Block über mir nein nein ja Pasi hat auch geschafft ich muss auch mal okay geschafft jetzt kommt jetzt kommt das Rennen wo ist der Checkpoint äh ja den habe ich auch noch nicht geöffnet den Checkpoint glaube ich Mann nein ich glaube nicht ist das schlechte nein du hattest ihn geöffnet dann habe ich ihn geöffnet ach ja das war ach ja mit den Soul-Centers jetzt Mann da vorhabe ich jetzt schon Respekt gut zu wissen so kann ich es direkt aufgeben okay los René ach schade ich weiß noch ich weiß noch wie ich am Anfang hier Probleme hatte das ist extrem witzig René die zu sehen ich mache jetzt dass ich dies dass ich mache das jetzt schon zum tausendsten Mal ordner alter kaktiluzi kaktiluzi ja auf jeden ja kennt einer von euch tabaluga ja der name ist ziemlich schwul ich fand das macht wohl ich hab die Hörkassette gehabt ich hab die gehabt ich muss halt nur ich möchte nur um die Serie ja ich möchte mal die Tata Lugas Show die sie mochte ich überhaupt nicht das ist diese Kurs ja jetzt redet jetzt ist alles eigentlich nur noch einfach das ist jetzt das schwerste was jetzt vor dir ja jetzt kommen dann bist du eine tasche höher da ist schon alles da ist nicht mehr dieser scheiß sprung ja jetzt muss ich auf die leite hier und dann wieder hoch einfach ich habe angst dass ich nicht die leiter treffe das ist einfach sich kann man nur treffen jetzt ist eigentlich jetzt kann es jetzt kann sich mal viel falsch machen also außer wenn ich einmal unvorsichtig bin und die leiter nicht treffen irgendwie geht der tag in die schnell vorbei hier irgendwie schon es gibt mir voll auf den keks hier kommt dann hier kommt dann noch mal was Schwieriges einmal war das ist weil ich bin ja jetzt gerade ein bisschen safe das sollte zu schaffen sein wenn du das jetzt schaffst dann kommt es ja jetzt kommt das schwieriger jetzt bleib auf einer gerade die einfach weiter ja das war der Fehler du bist auch noch geplumpst nee nee Pasi ich hab grad schon auf null gesetzt jetzt hast du auf abends gesetzt nein Null ist immer am morgens auf okay dann hab sie so ja Entschuldigung wenn nächstes bin ich nicht mehr da unten na ok sauber jetzt geht einfach mal denkt an durch den Glitch kann sich das immer wieder ändern also hier musst du einfach gerade nach links gehen danke für die Motivation Pasi du schaffst das das ist jetzt einfach ja einfach ach man auch da kann man auch ach man auch ach man auch hoho hoho nicht runterfeiern dann ist alles wieder zerstört ich weiß danke doch mal nein nein egal du bist ganz easy du musst dich hier ein bisschen von der Leiter weg bewegen und dann äh ja halt so wie du das jetzt machst das musst du da mal jetzt recht auch machen jetzt musst du das auch machen genau und jetzt einfach ganze Zeit nach links ach ich wollte Shift drücken und dann nach links ja Shift musst du immer gedrückt halten eigentlich doch nicht hier doch da hab ich ganze Zeit Shift gedrückt ja ich auch einfach jetzt kann es nicht so ganz einfach nach links ganz hat Schiff und nach links drücken und nach unten gucken nach unten ok versuchte ich da raus zu retten versucht irgendwie da raus zu retten laufen ganz klein ja ja jetzt nach links nach links nein 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 du hast du das seine Hose übrigens nicht gemacht egal da braucht er nicht wenn ich weig dir noch unten nein ich habe Videobeweis mit ich habe das gesehen du schwul ich war keine Runden hör auf mal sie ja ja jetzt geht nach links jetzt geht nach links nach links auf S auf A auf A jetzt weiter nach links weiter nach links jetzt jetzt hast du es geschafft weiter nach links ja jetzt da ist kein Block mehr über dir ja ja ach jetzt hier runter hier runter wer witzig gewesen wäre ich jetzt auf eine Asphalt aufgeschlagen haha und jetzt die nächste Check ja ja jetzt auf wir hören jetzt auf Pazzi Pazzi komm zurück verkackt komm ein Versuch ein Versuch nein Pazzi wir haben grad schon gesagt letzte Mal hallo halt auch ist das schwer ok aufhören jetzt kommt wir verabschieden uns jetzt ok oh das war auch anstrengend heute ja danke fürs Zuschauen auch wenn es ab und zu jetzt gerade langweilig wurde weil ich glaube ihr schaltet wieder ein weil wir nur zuschauen konnten und schreibt in die Kommentare ob ihr auch immer bei Leiternspringen Schiff Schiff benutzt ich bin ich nicht ja das ist normal Pazzi nein und wie immer wenn du das Let's Play guckst halt nicht geschlossen schreibt bitte nicht in die Kommentare von wegen der Sound von einem von euch ist scheiße ja ok ja das wird die nächste Challenge sein mit Seelensand ist das glaube ich ja ja bis zum nächsten Mal Leute tschö weiter rein tschau